Wir können uns auch direkt ein Video zu Doggo angucken und danach gucken wir, wie läuft YouTube für mich. Von YouTube und Max habe ich auch Bock drauf. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema. Hier geht es mal um den YouTuber Doggo. Der wird wahrscheinlich einigen von euch was sagen, vor allem dann, wenn ihr auf Clickbait und Fortnite-Gameplay steht. Auch Alpha Kevin und Just Neo haben da Videos zu gemacht, die relativ gut angekommen sind, also mache ich das auch. Schaut auf jeden Fall mal bei denen vorbei. Wie schon gesagt, macht der Typ Fortnite-Videos. Beziehungsweise geht es bei ihm gar nicht so um das Fortnite-Gameplay an sich, sondern um die Themen, die er bespricht. Und da hat er zufälligerweise immer ganz viele große Fortnite-YouTuber drin. Überraschenderweise sehr oft Standardskill. Sieben YouTuber mit eigenem Fortnite-Skin. YouTuber, die Hayter im Real Life begegnet sind. Oh mein Gott, wie gruselig ist das denn? Die teuersten Gaming-Setups. Teuersten scheint auch ein neues Num zu sein oder so. Sieben peinliche Momente der Fortnite-YouTuber. Sieben Fortnite-YouTuber, die ins Gefängnis mussten. Und so weiter und so weiter. Also euch jetzt alle aufzuzählen, dann sind wir morgen. Das sind halt die Videos, die ich übrigens auch genannt habe. Insgesamt hat Doggo auf seinem Kanal 53 Videos. Davon sind auf 28 Stück davon, das Gesicht von Standardskill in den Thumbnails zu finden. Das ist so geisteskrank. Warte mal ganz kurz. Videos, davon sind auf 28 Stück... Warte mal ganz kurz. Ich muss mal ganz kurz... Alter, das kommt mir gerade... Das muss ich mir jetzt mal kurz anschauen. Okay. Alter, auch ein 9-Minuten-Video. Ach du Kacke noch... Ach, lol, das war bei meiner Freundin. Ja, genau, das habe ich bei meiner Freundin aufgenommen. Dann sieht man eben fast... Ne, 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 ich habe andere... Ich habe andere, andere, äh, rote Dinger drum gemacht. Ich dachte, das ist jetzt einfach ein Bild von meinem Video sozusagen, einfach abfotografiert, beziehungsweise abgescreenshotet und er hat selber genutzt. Einen der meistgehyptesten Fortnite-Youtuber immer wieder zu benutzen, weil du damit natürlich ganz sicher ein paar Klicks machen kannst. Aber ich zeige euch das natürlich nochmal anhand eines Beispiels. Sein neuestes Video heißt, die Geheimnisse der Fortnite-Youtuber Standardskill iCrymax. Auf dem Thumbnail steht einfach, Stani ist Papa. Im Video kommt das halt lustigerweise halt wirklich gar nicht vor. Also nicht mal in einem Nebensatz oder sonst irgendwas. Ey, das Geile an dem Video ist ja eigentlich auch, dass er zwar sagt, dass es hier um Geheimnisse der YouTuber geht, er aber natürlich nur öffentliche Einschnitte von Videos nutzt, die bereits über 200.000 Klicks haben. Ja, meine Geheimnisse erzähle ich auch immer der ganzen Welt. Mal ganz abgesehen davon, dass einige Videos einfach zwei Jahre oder älter sind. Aber auch der Anfang ist halt schon ziemlich nice. Like jetzt für 69 Jahre ganz viel Glück. Like jetzt mein Video und du kannst 25 Jahre nicht mehr aufhören zu tanzen. Hey, Spongebob, wann hören wir wieder auf zu hüpfen? 30 Sekunden noch, Patrick. Nachdem er am Anfang erstmal irgendwelche englischsprachigen YouTuber mit reingenommen hat, weil er wahrscheinlich zu den Deutschen nicht... Ich mag übrigens Spongebob-Einblendungen. Für die Leute, die mein neuestes Video gesehen haben, zu ASMR. Ja, Nina. Die wissen, wie das ausschaut. ...nachdem er nichts gefunden hat, kommt er dann zu iCrymax. Und der hat wirklich super heftige Geheimnisse, meine Freunde. Unter anderem sagte er, dass er regelmäßig ins Fitnessstudio geht. Was? Er geht ins Fitnessstudio? Oh mein Gott. Das ist halt so dumm, ne? Ey, das hätte ich wirklich von jedem erwartet. Wie Tiger gerne. Aber nicht von dem. In diesem Video erzählte er auch, sein größter Wunsch sei es, zwei Kinder zu bekommen. Nein! Was? Er will irgendwann vielleicht zwei Kinder haben? Boah. Das muss ich erstmal verdauen, Alter. Ich hab jetzt eine ganz andere Sichtweise auf diesen Typen. Die Geheimnisse zu Standardskill sind aber mindestens genauso heftig. Er hat nämlich eine abgeschlossene Ausbildung als Bürokaufmann, hat mal 50 Euro geklaut und war in einem Autounfall verwickelt. Oh mein Gott, Digga. Also wenn das nicht das heftigste Video auf ganz YouTube ist, dann weiß ich auch nicht. Also man muss sagen, es ist ja trotzdem, es ist ein informatives Video über Standardskill, aber meistens haben die Titel gar nichts damit zu tun, bei dem was die dort sagen. Oder was der dort sagt. Aber es ist, ja, es sind auch so Fakten drin, die keine Sau juckt. Das tut immer mit am meisten weh. Deswegen finde ich Doku halt auch mega, mega unangenehm. Tja, Standardskill, mit diesen Informationen kann ich wohl endlich Schutzgeld verlangen. Das Video ist faktisch gesehen halt einfach kompletter Schrott, weil das, was halt im Titel und im Thumbnail suggeriert wird, halt einfach gar nicht im Video vorkommt. Ist halt auch eigentlich gegen die Richtlinien und diese Videos kann man auch genau aus diesem Grund melden. YouTube juckt das halt aber irgendwie nicht. Wahrscheinlich warten sie wieder, bis irgendein YouTuber komplett eskaliert und dann wird wieder jeder demonetarisiert. Ist ja auch deutlich besser. Vor einem Monat hat er das Video hochgeladen, sieben Fortnite-Kinder, die ihre Karriere ruiniert haben. Da drin ist einfach Zimax. Also jetzt mal ganz abgesehen von der Tatsache, dass der Typ irgendwie 19 oder 20 ist, also kein Kind mehr, hat er seine Karriere natürlich sehr hart gefickt. Ich meine, er macht gerade mal 15 Millionen Klicks im Monat. Das ist ja nix, also dafür würde ich ja nicht mal aufstehen. Lustig ist ja auch, wie er versucht, Abos abzupfen. Also ich meine, Zimax, die haben es ja gerade gesehen, macht 40.000 Euro im Monat, wenn es ganz in Ordnung läuft und 20.000, wenn es wirklich schlecht bei ihm läuft. So, er hat auf jeden Fall seine Karriere einfach so in den Sand gesetzt. Der Typ ist lost oder nicht jeder, der hat es komplett verkackt. Zu greifen. Vor ich aber mit dem Video anfange, wollte ich ihm etwas bitten. Ich bin kurz vor den 300.000 Abonnenten und es wäre cool, wenn du mich abonnieren könntest. Bro, du warst halt nie bei den knapp 300.000. Er hat jetzt gerade 267.000 und hatte halt auch nie mehr, da man bei Social Blade ja sehen kann, dass er nie Abonnenten verloren hat. Er hat das Ganze halt einfach schlecht bearbeitet, in der Hoffnung, dass halt Leute dann eher auf den Abo-Button drücken. Aber ich meine... Was? Was hat er gemacht? Ja, Alter, also, wie peinlich wäre es, mir sowas zu machen. Wie peinlich einfach so. Es ist ja auf einem ganz anderen Level peinlich. Holy shit. Man sieht es doch genau daneben. Ich stehe übrigens kurz vor den 1.000.000 Abonnenten, meine Freunde, jetzt schnell reinzahmen. Vor allem auch wieder dieses dämliche Likes-Batteln hier. Like und abonniere oder diese Spinne wird heute Nacht in dein Gesicht kriechen. Digga, mein Penis kriegt in das Gesicht deines Vaters, wenn du nicht endlich mit der Kacke aufhörst. Nur ein Joke, bitte nicht striken. Seine Quellen sind übrigens auch sehr nice, die er unter den Videos angegeben hat. Denn anstatt die Videos zu verlinken, um die es ja geht, verlinkt er halt einfach den Kanal. Dieses Video von Standardskill und der Wipe oder irgendwelche Fragen beantwortet werden, habe ich zum Beispiel gar nicht gefunden. Ich musste einfach Standardskill fragen und er hat es mir dann zugesendet. Ich meine, das ist halt genau das gleiche wie Quelle Internet. Das beste Video von ihm ist allerdings sein, sieben Fortnite-YouTuber, die ins Gefängnis mussten. Erstmal fängt er da mit Platz 6 an, also es gibt gar keinen siebten Platz, irgendwie hat er da was vergessen oder so. Auf jeden Fall ist das... Ja, da nichts vergessen, das macht er halt öfter. Das habe ich ja in meinem Video gesagt oder aufgezeigt, dass er das nicht nur einmal macht, sondern das macht er ganz oft, dass er einfach irgendwelche Zahlen reinhaut, die halt wahrscheinlich mehr Klicks bringen, wo mehr Leute danach gucken mit 7 und sowas. 7 ist so eine eher prägnante Zahl, was solche Auflistungen angeht. Dementsprechend bekommt es mehr Aufrufe und mehr Leute gucken danach. Aber ja, er geht wirklich nach solchen Prinzipien, sag ich mal. Tut weh, aber es ist einfach so. Standardskill. Und der war komischerweise halt nicht im Knast, sondern hatte nur so ein paar Probleme mit der Polizei. Das ist dieses Video, wo die Leute gesagt haben, dass er Drogen geht und deswegen seine ganzen Sachen da gestürmt haben. Er ist deswegen aber nicht ins Gefängnis gekommen. Auf Platz 5 ist Siemex. Und ja, wir würden uns alle wünschen, dass er im Knast landet, allerdings war er da halt nie drin. Er hatte mal ein... Ey, das hab ich aber auch mal im Video erwähnt. ...eine Auseinandersetzung mit der Polizei und das war's. Das Einzige, was da minimal hinkommt, ist, dass der Polizist gesagt hat, dass er ja auch gerne mit in die Zelle kommen kann. Bis morgen früh um 6, was aber auch kein Gefängnis ist. Auf Platz 2 ist iCrymax. Und das ist halt der Fall, wo sein Auto abgeschleppt worden ist, weil die Polizei gedacht hat, dass der irgendwie getunt worden ist und dass er angeblich ein illegales Straßenrennen gemacht hat. Er hat vor ein paar Monaten schon mal exakt das gleiche Video hochgeladen. Und da waren halt ApoRed und Crymax auch schon vorhanden. Also er hat einfach quasi das gleiche nochmal erzählt, um nochmal Klicks zu machen. Also bei dir steht die Community, glaube ich, ganz oben, oder? Wenn man FIFA Gaming auf Wish bestellt, sozusagen. Vor allem auch hier wieder der Anfang von dem Video. Like und 2020 wird das beste Jahr deines Lebens. Danke, Mann. Danke an jeden, der dieses Video geliked hat. Ihr seht ja, was daraus wird. Ey, ich frage mich halt wirklich, wer das liked. Also ich frage mich halt wirklich, wer so eine Intelligenz-Bestie ist und sagt, ja, Mann, also ich like jetzt das Video, dann wird das Jahr 2020 wirklich krass. So. Auf jeden Fall, ja, das wird's auf jeden Fall sein, gut. Und auf Platz 1 ist dann übrigens MrBeast. Und auch da ist es halt wieder falsch. Die haben sich halt freiwillig für einen Tag einsperren lassen für ein Video halt. Das heißt, auch da mussten sie... Ja, moin. Kommen wir auch mal neue Informationen. Ey, es sind halt genau das, was ich auch im Video gemacht habe. Ey, ihr zählt gerade genau die Punkte auf, die ich auch in meinem Video aufgezählt habe. ...ja nicht ins Gefängnis und man erwartet eigentlich was komplett anderes. Der passendere Titel für das Video wäre halt einfach YouTuber, die schon mal mit der Polizei zu tun hatten. Allerdings kann man damit ja nicht so viel Clickbait betreiben. Ich meine, ich verstehe auch die Bewertung von diesen Videos halt nicht. Ich meine, dieses Video hat über 90% Daumen hoch und 14.000 Likes. Also, ich will euch hier gar nicht dazu aufrufen, seine Videos zu disliken. Aber wie gering sind denn bitte die Erwartungen seiner Zuschauer? Ich meine, es ist ein Titel da und ein Thumbnail. Weides kommt im Video halt überhaupt nicht vor. Es wird nur scheiße gelabert und die Leute sagen sich, boah geil, Digga. Das Video like ich ja einfach mal tot. Und ich gebe mir hier noch Mühe mit den Videos. Ich mache doch irgendwas falsch oder nicht? Im Video 7 peinliche Momente von Fortnite-Youtubern steht einfach im Thumbnail, dass Standardskill eine Glatze hat. Im Video kommt das natürlich komischerweise halt gar nicht vor, sondern Standardskill ist da halt einfach vom Stuhl gekippt. Leute, jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Das Ende ist nah. Fortnite 2 wird heute kommen. Warte, ich mache Playstation 2. Boah, Standardskill, das war so peinlich, Alter. Also, ich würde mich löschen, wenn ich du wäre. Bei ihm ist halt unangenehm. Es ist halt wirklich unangenehm. Also, jetzt von Standardskill ist es sehr unangenehm, definitiv. Aber ich weiß nicht, was unangenehmer ist, ein Video zu machen, wo man sagt, dass jemand eine Glatze hat und es gar nicht das Thema davon ist oder der Inhalt davon ist oder so vom Stuhl zu kippen, wie er das gemacht hat. Ich weiß gerade ehrlich gesagt nicht, was peinlicher ist oder was mir unangenehmer wäre. Einfach jedes Video so. Ich könnte euch halt locker noch 800 weitere Beispiele nennen, aber ich glaube, wir haben es so langsam kapiert. In jedem Video wird halt iCrymax, Z-Max oder Standardskill entweder im Titel oder in der Thumbnail getan. Meistens mit irgendeinem Satz, der halt gar nicht im Video vorkommt. Einfach nur, um dämlich Klicks zu erhaschen. Wie gesagt, ist das ja eigentlich auch komplett verboten, aber YouTube macht da halt irgendwie einfach gar nichts. Weil entweder er sollte die Partnerschaft verlieren oder halt direkt, dass sein Kanal gelöscht wird. Ihr könnt die Videos übrigens genau wegen den Gründen melden, vielleicht kriegt es YouTube ja dann endlich mal mit. Ich meine, ich habe gar kein Problem damit, wenn man ein bisschen Clickbaity macht und ein bisschen krassere Titel benutzt. Aber du schreibst halt einfach Dinge rein, die nicht mal einem Ansatz darin vorkommen. Und das ist halt schon ziemlich dreist. Ich habe auch mit Standardskill darüber geredet gehabt und der meinte halt auch, dass das halt gar nicht klar geht und hat Doggo jetzt auch gesagt, dass er bitte damit aufhören soll. Ansonsten Standardskill kannst du ihn doch einfach sperren lassen. Ich glaube, keiner von uns würde dich dafür kritisieren. Nur so nebenbei unter uns, Bro. Ich mache jetzt auch Fortnite-Content. Vielleicht kann ich ihn dann irgendwann striken lassen. Das war es auf jeden Fall von diesem Video. Was hattet ihr von diesem YouTuber? Bis dann. Okay, thanks, bye. Ja, Mann. Ja. Was ist denn das für ein Ende? Ich bin noch da, aber ich fahre an. Okay, schwierig, Mann. Wirklich, ganz, ganz schwierig. Auf jeden Fall gutes Video. Also, auch wenn er mich kopiert hat, so, gar keine Frage. Also, er hat mich wirklich eins zu eins kopiert. Das ist eins zu eins genau das Gleiche. Hat noch nicht mal das, wo er sich hat inspirieren lassen und was er kopiert hat, hat er noch nicht mal verlinkt hier. Gut. Also, dann wissen wir halt auch einfach, ja, dass es halt nur für Geld macht und seine Freunde dafür ausnutzt. Okay. Ja, gut, muss jeder für sich selbst wissen, ob das halt wirklich so die Prinzipien sind. Ein langes und sechs Mal. Und wie kann es, we could be. Und wie kann es, we could be.